Ich bin jetzt mal wieder ein Paket aus China gekommen. Mal schauen was da drinne ist. Ich weiß es gar nicht. Ich erwarte mehrere Pakete. So, was haben wir denn hier? Na? Aha. Aha. Ah, ja, sehr fein. Das ist eine, die kleinste Kamera der Welt. So sieht diese aus. Oh, steht extra HD drauf. Mal gucken, was das Ding ist. Zwei Megapixel? Naja, ich weiß ja nicht. So. Das wird einfach nur ein relativ kurzes Unboxing. Dann werde ich nochmal ein Video mit dem Teil machen. Hier ist auch noch ein bisschen das für ein komisches USB-Kabel. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja äußerst klein. Naja, das war auch schon das Zubehör. Ich glaube, das reicht massig aus. Hier kann man das auch schön an den Schlüsselanhänger hängen. Schlüsselbund, meine ich. Okay, das mache ich dann. So, jetzt habt ihr das Ding mal gesehen. Ich werde auf jeden Fall davon mal ein paar... Es ist wirklich super klein. Ich werde ein paar Videos machen, ein paar Fotos machen und dann werde ich das natürlich auch noch posten. Link ist wie immer unten drunter. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.